Und weiter geht's mit MudRunner American Wilds. Die Challenges. Und zwar die erste Challenge. Das Monstrum starten. Klar. Da ist das Monstrum. Da haben wir es doch. Willkommen zur Challenge. Mensch. Primärziel. Kopple einen Anhänger an und fahre den Sattelzug dann in eine kleine Stadt. Klar. Bonusziel. Beschädige weder dein Fahrzeug noch ein anderes. Niemals. Fahre nicht auf der Gegenfahrbahn. Niemals. Und verwende beim Fahren mit Anhänger den Fahrerhaus-Kamera-Modus. Ui. Klar. Machen wir. Ab dafür. Geil. Man sieht immer so ein bisschen hier die Flüssigkeiten durchschimmern am Anfang. Das finde ich sehr, sehr geil. Cool. So. Haben wir denn... Als erstes musst du den Anhänger abholen. Aktiviere die Navigationskarte, um ihn zu finden. Alles klar. Das ist schon mal alles eingestellt. Das ist super. Na, ich werde da schon irgendwie hinkommen. So. Erstmal Gas geben. F1 wieder raus. Und jetzt wieder Gas geben. Erstmal den Sound für mich wieder ein bisschen lauter gemacht. Gang, 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 gang. Geil. Oh, ich kann hier so... Oh, wie gut. Sehr gut. Yes. Yes. Okay. Handbremse ist noch dann. Zack. Handbremse ist weg. Erstmal hart einschlagen. Bam, 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 bam. Haben wir hier Gegenverkehr oder sowas? Nö, ne? Pff. Alter, wie sich das anfühlt. Kurbel. Kurbel, schneller. Alter. Oh, hier schon rein. Brems. Ich glaube, ich brauche jetzt noch gar nicht, ne? Aber ich fahre trotzdem die ganze Zeit in der Hütte hier. Oh, ist das laut. Ich mach das mal ein bisschen leiser. Ist ja unnormal laut. Oh, ich muss hier runter. Ich hab aus Versehen rechte Maustaste gedrückt. Hoffentlich passiert mir das nicht nachher. Für ein Bonus-Ziel. Easy. Positioniere deinen Truck so, dass du den Anhänger ankoppeln kannst. Fahre rückwärts auf den Anhänger zu. Easy. Wenn ich drehen. Alter, Benzin. Vorsichtig. So, alten. Fertig. Gib Gas. Alter. Ja, passt, ey. Passt doch. Gebe Schub. Oh, fuck. Das Schlammloch. Links oder rechts. Links oder rechts. Links oder rechts. Links. Links ist der Mast. Ich fahre rechts. Oh, ist ein Steiler hier. Oh, das ist schlecht. Was hat hier geknirscht. Irgendwas hat hier geknirscht. Egal. alter brutal und gas Berufskrankheit taub okay hier rein ja hier rein alter zieh rum zieh rum kommt der rum alter der rollt einfach hinterher ganz entspannt ey oh oh fuck ist klar beschädigen sie keine anderen Fahrzeuge ich hab mich schon gewundert welche anderen Fahrzeuge denn oder machen sie hier sowas ist klar alter das passt doch niemals um Arschharesbreite ich hab wieder rechte Maustaste gedrückt neeeeein ach am Arsch oder die nächste Karri hier oder wat schub 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 und rangiere rückwärts oh oh ready schub Good, 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 good. So einigermaßen, oder? Komm, der ist doch bomben. Der ist doch drin. Ich krieg hier Plack. Ich krieg hier Plack. Weil er dir auch so wichtig ist. Dass er da schön gerade steht. Eben nichts. Hätte ich mal ein bisschen mehr ETS gefahren, ey. Rum, 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 rum. Alter, da geht doch gar nichts. Da geht doch gar nichts. Höh, höh, höh. Stopp. Ach, das ist jetzt okay, oder was? Wer war denn nun? Achso. Randbremse. Fahre nicht auf der Gegenfahrbahn? Egal, geschafft, ratzfatz erledigt. Wenn dir das Video gefallen hat, Daumen dalassen, abonnieren, nächstes Mal wieder einschalten. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.